Moin moin, liebe Holstein-Fans. Gemeinsam mit der IKK Nord möchten wir euch aus dem Corona-Schlaf erwecken und wir fordern euch mit ein paar Challenges heraus. In unserer ersten IKK Nord Home-Challenge geht es um die Hand-Fuß-Koordination. Ihr habt 20 Sekunden Zeit, so viele Hand- und Fuß-Kontakte wie möglich zu sammeln. Wie das Ganze aussieht, das zeigen euch jetzt schon mal Finn Porath und Dominik Reimann. Los geht's! Hi Domme, ich habe 59 geschafft, jetzt bin ich gespannt, was du hinkriegst. Ich hatte 40 Kontakte, jetzt seid ihr dran. Na, das sah doch gar nicht so schlecht aus. Meinst du, du kannst unseren Finn schlagen? Dann schnapp dir jetzt einen Fußball, einen Tennisball, dein Handy und poste deinen Versuch mit dem Hashtag Holstein Heimspiel. Wir wünschen dir viel Spaß.